ARD Text im Auftrag von SWISS TÜNK Ach guck, wir machen TÜNK! Wir fahren mit Bobr. Wir sind gerade am Tanken. Der war schon am Tanken. Und wir fahren jetzt Drift Event in Thüning. In Magdeburg irgendwo. Wir fahren da jetzt hin und dann werden wir richtig TÜNK machen. Gucken wir uns das an. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren mit hut. Wir fahren mit March. Wir fahren mit dem Umall. Wir fahren jetzt in die Mitte. Wir fahren mit uns. Wir fahren mit dem Wegg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir fahren mit einer Rückschung. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Juno, ich dachte, er steigt jetzt schon hinten ein, Alter. Digger, das geht wieder auf! Technik cool, das war technik. Mach keinen Scheiß, was machst du? Was machst du, Alter? Du musst aufbringen einfach. Junge. Junge. Und wozu hast du Geländewagen? Die Karre zwacken, ich glaube. Ja, Freunde, wir sind da. Es ist alles in Rauch eigentlich hier. Die haben gehört, deine seid voll sauer, meine sind voll dreckig. Die haben Pause. Digger, hier wird einfach Reifenumziehmaschine, wird einfach neue Reifen drauf gemacht. Brauchst einen Hänger aus, Alter. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Ich dachte, du bist da gefahren, Alter. Hallo, Marcel. Das ist auch beim Briefing. Krass, wo ist der? Briefing, Alter. Ah, okay. Aber 90% tatsächlich nur BMWs, ne? Weiß ich nicht. Also wirklich 90% BMWs. Ja, du hast halt da die Teile gerade, ne? Ja. Nur um das nur zu verständnis. Guck mal, die Leute sind so krass hier. Die bringen ihre Generatoren mit. Die bringen ihre Reifen mit, ihre Umziehmaschinen. Das ist unfassbar, was hier abgeht. Guck mal, hier kommen einfach welche mit irgendwelchen Reifen, Alter. Das ist... Das ist geisteskrank. Das ist geil. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes, was wir machen, Alter. Aber geil, ne? Geisteskrank. Was nochmal? Das sind jetzt Punktentscheid. Okay. Und danach, mit den Punkten wird entschieden, wer zusammenfährt. Also, die hat einen Qualifying. Und dann wird geguckt, über Punkte, wer mit wem fährt. Also, dann ist es gleich Battle. Also, der schlechtere fliegt dann raus. Das ist krass. Das ist krass. Komm, wir laufen jetzt. Also, geh weiter. Komm, wir laufen jetzt mal raus. Aber die ist heftig, Alter. Das ist doch nichts. Nein. Letztes Mal, dass wir hier ein Auto fließt. Lava. Letzte Saison halt. Mehr viele Autos sind schon drauf. Ja, ja. Geisteskrank. Geisteskrank. Oh nein. Ja, ist unfassbar. Die wechseln jetzt die Reifen. Egal. Fass mal an. Fass mal an. Fass mal an. Alter. Die sind Kochpreis. Echt? Also, das ist geisteskrank. Also, die wechseln jetzt die Reifen. Und ja, ich geh dann wieder auf den Reifen weg. Wie viele Sätze die hier durchjagen. Das ist unfassbar. Das ist gut. Unfassbar. Dicker, das ist krank. Alles. Für mich ist das erste mal jetzt. Das ist heftig. Wie kann ich der Bestand? 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Ja, das war doch. Bist du doch? Das war doch. Karabito heißt Wo kühlt am meisten ab während der Fahrt vielleicht Du kannst nur im zweiten Fahrt stehen kann auch vielleicht ARD Text im Auftrag von Funk So habe ich das hier gemacht, Karl bin da rein fertig, das war's, das ist unfassbar, das ist so, bei der Karre bin ich raus, also tut mir leid, aber damit fahre ich nicht, Alter. Also das sieht wirklich schon echt ernst aus, also ohne Scheiß, das ist ernst. Also wir sind jetzt in den Battles, der fährt jetzt zu einem Battle und muss den anderen im Battle schlagen, dann ist seine Runde weiter, ist ja logisch und der andere ist dann raus. Das ist krass, was hier abgeht, ist so geisteskrank, Leute. Jetzt entscheiden. So. Ich bin da, jetzt werde ich zufrieden. Riemann 640, das ist gut, doch was anderes als Kumpel. Oh nee, es ist ein weiterer Motorrad. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Unfassbar, das ist unfassbar, was hier abgeht. Hier wird gerade noch mal geguckt, rechts und links passt nicht. Wenn du keinen Platz hast für Kühler, brauchst du den einfach links rein. Was? Wenn du keinen Platz hast für Kühler, brauchst du den einfach links rein. Ja, Kühler. Keine Kühler. Also Leute, Kühler muss im Koffer raus. Das ist krank. Halbe Weltreise habe ich für euch gemacht. Warum? Wir fahren Tankstelle, Tankstelle hat keine Kohle. Wir fahren netto, netto keine Kohle. Wir fahren Turm, was zwei Kilometer weg ist, fahr rein. Aber bring das ins Lager. Bring das ins Lager, wo der E36, der rote, mit dem wir gefahren sind. Da muss das hin. Stell das Auto einfach da hin. Ja, nimm Kohle doch raus. Noch Kohle ist drin. Bist du behindert? Stell das Auto einfach da hin. Wieso? Das ist doch raus. Ja, klar. Das gehört mein Onkel, Digga. Park einfach da. Park beim Drifter einfach. Ja, klar. Das gehört mein Onkel hier, diese Veranstaltung. Park mal aus da hinten hin. Ey! Ballern! Glückwunsch derecht. Danke. Danke! Kannst dich driften, oder was? Ich hier schicke! So, Anje, was macht ihr da? Du hast alles in die Kaspel heute! Alles gut? Alter, ich hab mit meinem driften Stich wieder hingefangen! Weggeflogen? Ja, aber das ganze Wochenende stimmt. Digga! Hey, das ist Competition-Fahrer, ne? Ja, das merkst du auch! Ja, ne? Die ganze Strecke Fullgas! Aber hier, was hast du da mitbekommen? Das hab ich beim driften mitbekommen! In meine Hand ist das geflogen! Aber du kannst das einfach! Ey! Die ganze Strecke Fullgas durch! Mit dem anderen noch... Mit der Arme, Alter! Geil, das Ding hat hinten! Nein, auch sehr viel Griff! Ich schicke dir gleich die Videos, die guckst du dir an! Das werdet ihr jetzt sehen! Von innen drin! Das werdet ihr jetzt sehen! Ihr werdet sagen, boah, der Junge kann das! Ja, ja, das ist schon krass! Man hat das schon gesehen, dass du das zum ersten Mal hast! Ja! So, gestern erst dann gemacht! Und ihr seht ja, es sind alle so glücklich und voller Freude! Wir sind das erste Mal hier! Die haben das alle mitbekommen, dass wir von Just Leap sind! Und viele kennen uns auch, klar! Aber die nehmen uns alle mit! Zeigen uns! Guckt mal hier! Macht mal hier! Macht mal hier das! Die sind alle so herzlich! Wirken unfassbar! Geisteskrank! 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 Freunde, ich will mich verabschieden! Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern! Alle bauen jetzt nach oben auf Nightdrift! Aber dafür werden die Aufnahmen zu schlecht sein! Also wir haben da nicht die guten Kameras dafür! Aber ich danke fürs Zuschauen! Der Himmel sagt auch, es ist geil! Und ja, wir sehen uns nächste Woche! Kuss geht raus! Der Angel hat da auch seinen Spaß! Wir sehen uns nächste Woche!